Dies ist ein Hörerlebnis von Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH. Da kommen zwei Raben auf sie zugeflogen. Ihr befindet euch jetzt im Luftraum von London, der Hauptstadt des Vereinigten Königreiches. Was ist der Grund für euren Besuch? Wir suchen einen Sturm, antwortet Wilbur. Na, da seid ihr hier genau richtig. Bei uns ist meistens schlechtes Wetter. Habt ihr zufällig auf eurer Reise einen grün-gelben Doppeldecker gesehen? Erkundigen sich die Raben. Nein, antwortet Wilbur aufgeregt. War denn einer hier? Wilbur hofft inständig, dass die Raben seinen Vater gesehen haben. Vielleicht hat er es ja geschafft, sich zu befreien. Ha, und ob! Vor ein paar Stunden hat er unser Auge geklaut, klären die Raben ihn auf. Wilbur versteht nicht, was sie damit meinen, guckt sich die beiden noch einmal genauer an und stellt fest. Äh, aber ihr habt doch noch beide Augen. Die Raben schauen sich verwundert an. Nein, das Auge von London! So nennen wir unser Riesenrad in den Jubilie-Gardens, da unten! Der eine Rabe zeigt mit seinem Flügel auf eine kleine Grünfläche an der Temse, dem großen Fluss, der durch die Stadt fließt. Bitte sagt uns sofort Bescheid, wenn ihr ihn seht! Damit verschwinden die Raben auch wieder. Wir sollten uns diesen Garten einmal genauer anschauen, meint Mika. Widerwillig leitet Wilbur seinen Landeanflug ein. Es kann sich bei dem Flugzeug unmöglich um seinen Vater handeln. Der würde nie etwas stehlen. Der Garten ist eigentlich ein kleiner Park, durch den sich ein breiter Weg schlängelt. Für Wilbur die perfekte Landebahn. Wir liegen überall Äste und Blätter herum. Der Sturm muss genau hier durchgezogen sein, bemerkt Mika. Wilbur fällt noch etwas anderes im nassen Rasen auf. Reifenspuren. Sie sehen den seines Vaters extrem ähnlich. Und was ist das? Er sieht etwas im Gras aufblitzen. Doch bevor er es sich genauer ansehen kann, stürmt eine englische Polizeibulldogge auf ihn zu. Was machst du da, Ruff? kläfft sie und drängt Wilbur zurück auf den Gehweg. Verschwinde sofort vom Rasen. Hier hat ein Verbrechen stattgefunden und du behinderst die Polizeiarbeit. Wir sind noch nicht fertig mit der Sicherung der Spuren. Außerdem ist es verboten, im Park zu landen. Was ist denn heute bloß los? Das ist ein Verbrechen stattgefunden.